Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin's, euer Odor. Zurück bei Sam & Max Hit Road. Is it in Bumperswil? Es gibt einige Dinge zu tun. Wir haben hier einen Roboter. He's not your type, isn't he? He wouldn't know where to begin. Also, er kann's benutzen. Ich bin jetzt nicht sicher, dass wir diesen Roboter verwenden können für irgendwas. It's a macro hard maintenance droid. Ah, nein. Ich mein' eigentlich die Kisten. Schaut nicht. Jaja, danke. Vielleicht finden wir noch was. Ich hab' da hinten haben wir noch nicht... Wir haben da hinten genau geschaut. Vielleicht finden wir noch was. Okay, ich bin noch nicht sicher, ob wir da was machen können. Gibt's da Dinge, die wir noch nicht gesehen haben? Uh, hn? Hm? It's Max? Okay. Ja, ja, das wissen wir schon. Irgendwie müssen wir ihn dort weckregen. Nicht doch irgendwas an. Ja 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 Schlafzimmer was vergessen Oh, was ist das? It looks like an official Macroheart Maintenance Droid Manual. If I had the slightest inclination to strain myself, I could probably reach it. However, I'm sure I can drag this out into a longer yet more satisfying experience. I don't want to strain myself. What you doing? Hang back, buddy, and observe my magic. First, I'm taking the cup off of the golf ball retriever. Oh, it goes hard. Oops. Fifteen hours later. Find out all you need to know? Maybe. I got a little lost in the troubleshooting chapter. I'm going to get to the end. Now that I've read that ponderous manual, I can move the robot around like this. I'm impressed. That's nothing. Watch this. Help me, Batman-Man. You're my only hope. That was good too, isn't it? Sorry. This might be more useful. Find out. auslösen. Wenn er das macht... Oh, cool. Wenn er das macht, löst er den Alarm aus, dann geht der Typ hin und dann können wir die Holosuite benutzen. Das klingt gut. Ich glaube, das kleine Roboter will folgen seinen neuen Programmierungen, Sam. Ich habe mir nicht gedacht, dass ihm eine kleine選ung ist. Da geht es. Ich bin mit Anticipation. Ich dachte, ich habe etwas zu schmerzen. Ich bin mit Pavlovian. Das ist etwas, was du genauer tun sollst. Und du sollst wissen, dass sie etwas wissen. Hahaha. Hau Pavlovian. Hau Pavlovian. Haha. Ich bin mit Pavlovian. Jetzt ist er nicht mehr da. Dann nehmen wir doch glaub mal den Stein. Oh! Ah! Okay, wir müssen den Drachen offensichtlich besiegen. Seid mir, du Spielbergianer Roboter. Lass uns das wieder versuchen. Okay, wir müssen also die Prinzessin... Nein. Gott. Ich weiß nicht, ob das auch Schwierigkeit ist. Ich nehme mal an. Ich nehme mal an. Wir müssen einfach nur... Oh Gott, muss ich das jetzt immer sehen? Ich will nicht. Ich habe mich eine große Idee mit dir. Im Nichts habe ich noch Lust. Sollte ichonesen. Ich habe mich nicht gehabt. Euch in der Szene gesehen seite. Oh Gott, es ist ein Schwierig. Das war einfach. Cheesely Polygon. Ah, herrlich. Virtual Reality in den 90er Jahren war großartig. Schauen wir mal, ob der Key hier funktioniert. Da gab es immerhin ein Loch für einen Key. Hier ist es so klein. Ich schau das nicht los. Wir haben sie gerettet, wir sind so gut. Morally konfliktet? Wir müssen uns als Bigfoot verkleiden. Los geht's! Ah, gefunden. Gibt's ja noch was? Es gibt ja noch die... Die verkle... Es gibt noch... Es sieht aus wie ein Keyhole zu mir. Das ist ein komplett unverwendetes Dingamabob. Echt jetzt? Wir brauchen noch die Perücke. Wie kriegen wir die Perücke? Es ist eine von Conroy's Toupets. Es ist Max. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Okay, also einfach nehmen kann ich's nicht. Ah, und der Roboter ist auch weg. Ich hab ihn zumindest nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wir könnten natürlich die Sachen ausprobieren, die wir hier haben. Habe ich mir auch nicht gedacht, aber... Kann ich's ahnden, hm? Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Wir brauchen sie aber auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich meine, das Buch haben wir schon verwendet. Hm. Es ist ein Guide zu der Operation von Macro-Hard-Maintenance-Droiden. Hm. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Das ist ein komplett nicht benutztes Dingamabob. Uh oh. Ich sollte es wissen. Hey! Das tut. Wie sind wir überhaupt in den ersten Stock gekommen? Und bleib raus! Ich glaube, wir müssen die Alarm zu vermeiden, Sam. Danke. Und wie machen wir das? Genie? Du bist super. Let's move there. Ja, sprich mal mit dem Typen nochmal. ... What's going on here? Somebody let all of Mr. Buffett's critters loose. When I find out who did it, I'm gonna skin their scrawny hat. How can you stand to work for someone who persecutes harmless beasts like Bruno the Bigfoot? Uh, on my feet? Got you there, Sam. What's the deal with this virtual reality stuff again? Mr. Bumper says it controls some ancient security, but I use it to vicariously dispose of my myriad enemies. I want one of these, Sam. Don't you have any misgivings about hunting harmless freaks like Trixie? I did, but then I took a couple aspirins. Care you won't give us any dirt on your boss? Don't ask me again, Jojo. Well, we'll be looking around ourselves. Don't get up. Fine. You sure are one dedicated employee. Yep, that's me. Detonate you. What you read? Dialynex by Elrod Hubbell. It's changing my life. Ah, skip it. You sure are... Is there any robot yet? But on the other hand, the robot can't destroy this system anymore. ... ... ... ... ... ... ... ... Das System ist ja abgeschalten. Ich will mit euch reden, Mann. Kannst du mir nicht einmal anschauen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Hm. Was ist da dringend? Irgendwas, was wir finden können. Was wir vielleicht nicht gesehen haben. Können wir da folgen? Nein. Das ist nicht nett. Wir können die dort raus, aber wir nicht. Können wir den Schlüssel wieder rausnehmen? Andererseits ist der Roboter eh nicht mehr da. So gesehen. Keines von denen kann man nehmen. Keines von denen kann man benutzen. Hm. Hm. Man darf es nicht anfassen. Nehme ich an. Ich meine, vielleicht kommen wir später drauf, wie wir es kriegen. Es ist einer von Conroy's Toupees. Äh. Äh. Müssten wir es mit irgendwas austauschen vielleicht? Was mit dem austauschen? Ja, das hab ich mir fast dafür. Hm. Nein. Äh. was okay das da und das da mit max zusammen können wir mal machen schaut nicht so aus als hätte ich da irgendetwas was ich drauf tun könnte statt der brücke vielleicht habe ich nur irgendwas nicht gesehen hier oder woanders das problem ist wo woanders kann ich ihn fest wahrscheinlich nicht rennen aber die sachen wieder runter geben wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen werden hmm What's going on here? Hm. Hm. Manche Dinge sind einfach viel zu klein in diesem Spiel. Okay. Lass uns mal zu Dings gehen. Vielleicht finden wir dort was, was wir geben können. Vielleicht auch nochmal zum Vortex. Ach, was weiß ich. Okay. Hm. 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 Savage. Welcome. This place is Tiki-rific. Tiki-rific? Yeah, I feel immersed in native culture. I just hope this place has authentic savage Tiki drinks with that authentic Tiki Tang. It's a miniature mighty volcano lending authenticity to this jungle motif. It looks like a gopher mound. It looks like a gopher mound. Savage jungle in. This game is podiatrally gifted. Welcome podiatrally gifted. What? What? What are podiatrally gifted people? Or animals? I have no one to call. Call me. Call me. You'd have to get cellular. I'm pictular. It's better than cellular. That's bad, Max. Really bad. Who cares? I'm cute. Jeez. It's a phone booth with privacy shading. That's a particularly big big foot. What's happening there? Big time big foot party. Sounds like some kind of shindig. It's the event of the century. How's the band? Pretty happy as far as I can tell. She looks familiar. Toots is us? Hey, aren't you Evelyn Morrison, famed theme movie star? Yes. I am she? I've seen all your movies. My favorite was Robot Terror from Beyond the Galaxy. Robot Terror. The alien says, Clam do Beretta Nimno. No, that's Vampyrus in prison. Oh, yeah. Would you like Evelyn Morrison's autograph? Actually, we just want to ask a few questions. Evelyn Morrison is always available for interviews. Have you had any problems with the big foots? Evelyn Morrison has always worked well with grotesque creatures of the night. I'll take that as a no, then. You haven't seen a short self-absorbed crazy as a bed bug country western singing star around here, have you? If you mean Conroy Bumpus, Evelyn Morrison had him ejected from the premises hours ago. Why? He was harassing Evelyn Morrison's guests. Action! I'm ready for my close-up, Mr. Coleman. I have the sudden craving for an umbrella drink. Evelyn Morrison's jungle-in had the greatest umbrella drinks in the world, with over 237 kinds of rock. All in just one drink? Which way to the bar? Take it easy, Max. You don't even drink. Oh, yeah. This can must have put words into my mouth. I'll get back to you later. Evelyn Morrison will be here. In the meantime, why not take some of these brochures? They have Evelyn Morrison's autograph on them, making them must-have collectibles. Thanks. I wonder if this bird talks. Maybe it'll give us an important clue. Nah, that'd be stupid. Okay. Don't be silly. Come on. I remember seeing this movie in theaters when I was a pup. During the climactic scene, they dropped giant rubber snakes on the audience. Why don't they make movies like that anymore? Highest standards? Probably. Ahh... I'm sure we can talk about this girl sometime. Okay, wait a minute. We could... Max... ...with the girl interact with this girl. I can't use these things together. I don't think she'd want that. I don't think he'd 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 want that. Stop. What's up? Only Sasquatches and their dates are allowed on the convention floor. Okay. Okay. Wir müssen uns also als Sasquatch verkleiden, um reinzukommen. Haben wir jetzt hinanzurufen? Nein. I have no one to call. Could we tell the guy how to call this? We can't get the guy out. We can't use these things together. What the hell is going on. Is he a power? Oh, we can't put the guy out. Was das nicht? Yeah. I can't use these things together. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Okay. Vielleicht können wir Sachen mit dem Vogel zusammenbringen. Schade eigentlich, ich bin einfach gewesen. Oh, warte mal, das ist was Neues. Hm, ich liebe es, wenn du rumpfst, Sam. Es klingt wie eine hohe-voltage-tower. Es sind die Pampflas für den Mt. Rushmore Dinosaur Tarpit und Bungie Jumping National Park in North Dakota. Und ein Ort, wo es heißt, das Celebrity Vegetable Museum in Gold River, Texas. Oh. Oh, ich sehe. Es gibt ja doch mehr Dinge zu tun. Na gut, meine Herrschaften, es ist eh schon wieder fast eine halbe Stunde wohnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Oder auch nicht. Falsche Tage. Oh, ach du. 所以 das Beispiel,